Hey Leute, hier nur ein kurzes Video zu dem neunten Part von Hexed Homeland, den ich nicht hochladen kann, weil der ziemlich kaputt ist und so, das ist eine sehr gute Beschreibung, jedenfalls habe ich ein paar Einstellungen geändert zum Test und dann hat es nicht funktioniert und bla, jedenfalls, wie dem auch sei, ähm, ja, möchte ich kurz erklären, was in dem Part denn überhaupt passiert ist, und zwar sehr epische Sachen, ich hatte wieder sehr viel Erfolg, ich habe gefühlte fünf Millionen Diamanten gefunden, bin in Lava gefallen, verbrannt und bin irgendwo da bin es gespawnt, halt am normalen Spawn, weil in meinem Bett irgendjemand zerstört und so, da bin ich irgendwie zu unserem Dorf, bin da wieder weggegangen, hab dann Essen geklaut von anderen aus meiner Stadt und bin dann in so einer Dimension gegangen, bin dann nicht mehr rausgekommen und bin halt irgendwie jetzt einfach nur in irgendeinem schwarzen Loch und komm da nicht mehr raus und, ja. Ich, ich, ähm, ja, bis zum nächsten Part, bis dahin, ciao.